Arena, Revolte in Rom 2 Schwer steht die Luft über den sieben Hügeln Roms. Erneut ist der Wettstreit um die Macht in der Hauptstadt der Welt entbrannt. Nur einem der beiden mutigen Thronanwärter gebührt die Ehre, den Kaisertron zu besteigen. Schlüpfen Sie in Arena in die Rolle dieser beiden Rivalen und wählen Sie selbst die Strategie, die Sie zum Ziel führt. Wählen Sie den diplomatischen Weg mit Magister oder Templarius oder setzen Sie auf militärische Stärke mit Kriegselefant und Ballista. Eine ausgeklügelte Kombination aus Würfel- und Kartenelementen garantiert dabei einen hohen Spielspaß bei kurzer Spieldauer. Eine Vielzahl verschiedener Karten sorgt dafür, dass Ihre strategischen Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Nutzen Sie die Aktion Bestechung, um eine Karte jederzeit zu aktivieren für ein kleines Bestechungsgeld. Die Würfel sind gefallen. Mögen die Spiele beginnen. Probieren Sie Arena auch in Kombination mit Revolte in Rom. Es steht Ihnen offen, wie Sie die Karten variieren. Mischen Sie die Karten zusammen und spielen Sie mit einem großen Stapel oder treten Sie mit den Decks gegeneinander an. Finden Sie heraus, welche Karten Ihnen am besten liegen und stellen Sie sich Ihr eigenes Deck zusammen. Bestimmen Sie selbst, mit welchen 55 Karten Sie in die Schlacht um Rom ziehen wollen und entwickeln Sie Ihre eigenen genialen Strategien. Queen Games. Connecting Generations.